Also, Brown mit der Strafe, Tor! Wow, ist das gut gespielt! Stretch macht einen stretchgeilen Pass und René Schofs sagt Danke. Aber der Pass war überragend. Versucht sich da vor das Tor zu bringen, ist aber noch heiß, die Scheibe, Tor! Eder macht's! Trocken abgezogen. Und Eder sagt sich nur, wenn ihr mich dann so stehen lasst, dann mach ich den doch mal. Und jetzt Platz für Düsseldorf. Gutes Anspielen. Und McGorley trifft die Scheibe nicht richtig. Schuss von O'Donnell, der Ausgleich! Was ein Pfund von Brenton O'Donnell. So ein bisschen Zufallsprodukt, aber das wird ihm völlig egal sein. Keine Chance für Andreas Jenicke. Mannheim jetzt mit Isakow gegen Zimmermann. Klasse Drehung! Und der Pass überragend! Und er leistet es 1 zu 0! Ein Verteidiger! Es ist Makatic! Und was für eine Vorbereitung von Ruslan Isakow! Eine Drehung und dann der Zuckerpass vor das Tor! Zu Beginn des Drittels jetzt Jonas Enlund mit der Ablage und dann das Tor für Wolfsburg. Toll freigespielt von Jonas Enlund. Wartet, wartet, wartet und dann legt er quer und dann ist der Puck drin. Und der nächste Konter, 3 auf 2 mit Berloff! 2 zu 0 Krefeld! Und der Schuss ist perfekt! Über die Fangernseite von Danny Taylor. Innenpfosten, rein damit! Das Tor! Da ist Platz! Obers Tor! Das war klasse gespielt von den Fishtown Pinguins! Und wieder einmal ist es Jan Orbers! Nicht so erfolgreich auf der anderen Seite Krefeld mit Sabulic, dem ersten Versuch! Seinem dritten in dieser Saison! Stark gemacht! Unhaltbar für Haute-Lanz! Das Tor! Sabulic, der in allen drei Spielen gepunktet hat und hier eine Riesenchance mit ansehen muss von Jeremy Breckel! Was für ein Ding! Taylor liegt schon, hat die Scheibe! Irgendwie bekommt er den Fanghandschuh im richtigen Moment ran! Monster Save von Danny Taylor! Der Pass über die Bande! Klasse mitgenommen von Frank Mauer! Frank Mauer mit der Rückhand! 1-0 München! Ein langer Pass hinten raus über die Bande, den Mauer hervorragend mitnimmt! Und dann zieht er sich den Puck auf die Rückhand und Franz Epp ist zum ersten Mal bezogen! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport!